Alter, es passiert noch gar nichts und mein Controller vibriert viel zu nichts. Führen Sie die Marines von der Basis weg. Niemand hat die Notstromversorgung getroffen. Noch ein Bombeneinsatz? Ist jemand von Charlie 2 da? Ich wurde vom Druck getrennt. Nee, Mann. Alpha 6. Sie sind auch alle tot. Wenn Sie laufen können, helfen Sie gefälligst. Schön, dass wir einen Dieselgenerator hier im Raum stehen haben. Was ist denn das? Oh, Mensch. Das ist echt übel. Mensch. Mensch. Ich bring den Mistkerl um. Wie ist unsere Situation, Sergeant? Ich bin nicht sicher. Ich erreiche den Commander nicht. Wir sind zu tief unter der Erde. Gut. Dann... Packen wir zusammen und dann nichts wie raus aus diesen Höhlen. Ja, Sir. Beifahrersitz. Ich übernehme die Tür. Ich fahre. Es geht los. Haltet euch fest. Los. Wir ziehen ab. Gut. Abfahrt. Die KI fährt natürlich mal wieder bombastisch. Wir müssen weiter. Wenn die Tür gehen. Wir müssen weiter. Bei uns. Das sind meine Tür. Das sind die Tür. Dann müssen Sie auf einmal baden. Ich bin nicht weg, wenn sie zu laufen. gut Jaja, er labert viel wenn der Tag lang ist. Ok, bisher alles soweit so hübsch. Ach da oben steht noch einer. Das war's mit dem. Hm. Gut, das war's mit den ganzen Brutes. Darunter ist noch ein kleiner. Die fahren sich hier aber auch mit nahe zurecht. Ich meine, schön, dass sie sich versuchen so zu positionieren, dass ich die Gegner alle wegbumsen kann. Aber manchmal fahren sie echt ein bisschen blöde. Ich wiederhole. Mein Konvoi wurde getroffen. Ich habe Verwundete. Wir sind auf Zawo Highway. Fünfkreis östlich von Woi. Jemand da? Irgendjemand? Bitte antworten. Nein. Okay. Wo willst du da mit aufschießen? Schießen wir das Ding erstmal da weg? Oh, das ist ein Ding. Das ist ein Ding. Das ist ein Ding. Okay, mit den Drohnen muss ich auf jeden Fall besser aufpassen. Okay, mit den Drohnen muss ich auf jeden Fall besser aufpassen. Das war jetzt einer von uns. Okay, mit den Drohnen muss ich auf jeden Fall besser aufpassen. Okay, mit den Drohnen muss ich auf jeden Fall besser aufpassen. Okay, schön, dass wir das geklärt haben. Wie auch immer. Krieg ich es hin. Okay, dann steig ein. Brauchten die gerade mal ein bisschen Motivationshilfe oder so? Keine Ahnung, frag mich nicht. KI halt. Bitte wiederholen Aufklärer, die Verbindung ist schlecht. Da ist was im Krater, Ma'am. Etwas unter der Sturmfront. Verstärkung wie gewünscht. Ja. Jawoll. Ist notiert. Okay. Dann mal los. Woh, 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 woh. Okay, halbwegs treffen muss man trotzdem stufen. Okay, so geht's nicht los. Okay, so geht's da. Ja, das war meine. So, das war meine Holdoch. Moin. So, das war meine Holdoch. So, das war meine Holdoch. Okay, sehr schön, geschützt ist doch immer wieder toll. Aber natürlich kamen die jetzt im Panzer. Okay, sehr schön. Schau, schau, schau. Huge. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Das war sehr schön, das war's gut. Den einen Panzer haben wir zum Glück auch schon ausgeschaltet, den anderen müssen wir noch. Ich glaube dafür fangen wir jetzt gleich hoch. Alter wie das Rad da am rumschlackern ist. Beide. Dinger was machst denn du, wo fährst denn du lang? Nur noch einen Kollegen mit an Bord, unsere Räder schrabbeln die blöde. Sooo, erledigt. Dankeschön. Jetzt können wir weiter. Der Dämon darf sich durch! Los geht's! Wir sind die Drei. Wir sind die Drei. Oh, das ist schön. Oh, das ist schön. Ah ja, kommt näher. Hm, das ist ein Blus. Tschüss. Oh, das ist schön. Oh, sehr schön. Ist das jetzt gewesen? Sehr schön, sehr schön. Gut. Gut, weiter geht's. Neuen Warthog. Okay. Okay. Gut, 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 gut. Gut.